Heute sind wir immer und überall online. Die Technologie, die den Zugang zu Daten und Services so einfach macht, hat einen Namen. Cloud. Auch die Banken in der Schweiz beschäftigen sich intensiv damit. Doch damit die Banken Cloud-Dienstleistungen nutzen können, muss der Schutz der Kundendaten jederzeit gewährleistet sein. Erst dann können Banken und vor allem ihre Kunden von der Cloud profitieren. Die Cloud-Technologie ist der Schlüssel zu noch mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und Innovationen. Zum Beispiel, weil jede Bank für ihre Dienstleistungen auf die modernste Technologie und die besten Spezialisten zugreifen kann, anstatt teure eigene IT-Systeme zu betreiben. Oder weil spezialisierte Cloud-Anbieter höchste Sicherheitsstandards erfüllen und im Fall der Fälle sofort reagieren können. Dies nützt gerade auch den kleineren Banken. Die Kunden der Banken profitieren ebenfalls. Denn Cloud-Lösungen verleihen den Angeboten, die schon heute sehr vielseitig sind, noch mehr Power. Und sie vereinfachen den Dialog mit der Bank. Mit der Cloud profitieren Kunden ausserdem von den Vorteilen künstlicher Intelligenz. Diese erlaubt individuelle Anlageempfehlungen in Echtzeit, dank der Analyse grosser Datenmengen. Auch Konten lassen sich mit der Cloud deutlich einfacher und rein digital mit wenigen Klicks eröffnen. Cloud-Banking ist eine grosse Chance. Aber nur, wenn es sicher ist. Deshalb hat die Schweizerische Bankiervereinigung mit Banken, Behörden, Cloud-Anbietern und Prüfgesellschaften einen Leitfaden erarbeitet. Dieser zeigt, wie Kundeninformationen bestmöglich geschützt werden. Nämlich durch die Verschlüsselung, die Anonymisierung oder durch die Pseudonymisierung von Daten. So engagiert sich die Schweizerische Bankiervereinigung dafür, dass wir auch im Cloud-Zeitalter der führende Finanzplatz der Welt bleiben. Wir gestalten Zukunft.